Es gibt zu Corona kleine sensationelle Neuerungen, deswegen dieser Vorsatz eilt, Sondersendung eilt sehr. Warum ist Schweden bei Corona die Schlüsselgeschichte? Weil alles, was wir an Deutschland analysieren, ist sozusagen datenmäßig verschmutzt. Also für naturwissenschaftliches Denken spielen in Deutschland zu viele Faktoren eine Rolle, sodass man aus den deutschen Daten im Prinzip nichts herauslesen kann, sozusagen. Weil ab dem Moment, wo zum ersten Mal der Ruf über die Erde halte, sozusagen angeblicher Killer-Virus im Anflug, ist eigentlich die Datenlage verzerrt, weil jetzt auch Schweden ist ja nicht unbeeinflusst. Schweden ist wirtschaftlich geschädigt. Dadurch, dass die Weltwirtschaft einen Lockdown getätigt hat, ist Schweden in Mitleidenschaft gezogen worden. Und in Schweden sind die Leute auch durch das, was die Welt sagt, natürlich auch teilweise hysterisiert worden, in Panik versetzt worden, wenn auch nur geringfügig. Und das Entscheidende ist jetzt nur, dass zwischen Deutschland und Schweden alle sich einig sind, dass da ein Unterschied besteht. Dass also in Schweden ganz viel weniger Maßnahmen gemacht werden. Ich sehe überall diese Bilder, wo die Leute dicht an dicht in den Cafés gesessen haben und so weiter. Dass die Kinder jeden Tag die ersten neun Schulklassen ganz normal zur Schule gegangen sind und sich sozusagen, also von daher kann man ganz klar sagen, das Virus hatte in Schweden viel, viel größere Ausbreitungschancen als in Deutschland mit seinem relativ radikalen Lockdown. Und nur, weil es diesen Unterschied gibt. Wissenschaftler interessieren sich immer für einen Unterschied. Also eine richtige Kontrollgruppe haben wir jetzt nicht, aber wir haben zwei unterschiedliche Gruppen. Deutschland viele Maßnahmen, Schweden relativ viel weniger Maßnahmen. Und da deswegen interessieren die Daten von Schweden ganz besonders. Alles andere kann man vergessen. Man kann die anderen Zahlen, können sie alle im Moment aus meiner Sicht in die Mülltonne tun, weil das nicht sauber möglich ist. Zum Glück haben wir Schweden. Am liebsten hätte ich noch gern die Daten von Weißrussland, denn die sind auch interessant. Dort ignoriert man ja von Staats wegen grundsätzlich dieses Virus. Und es kann sein, dass Weißrussland am Ende am besten dasteht von allen. Schluck Wasser. Also wir gucken es uns nochmal auf verschiedene Weise an. Es kam nämlich was Neues dazu. Eine Internetsendung brachte eine neue Information und die greifen wir natürlich gerne auf. Also wenn man in Schweden jetzt, sagen wir mal, allerhöchstens 3600 Tote hat, wobei wir uns immer klar sein müssen, im Moment starrt die Welt auf Corona. Das heißt also, wenn Sie einen normalen Influenza-Winter haben, ja, einen Influenza-Winter haben, dann starrt die Welt zum Beispiel 2018 ist eigentlich das Wesentliche. Die ganze Anfangszeit vom 1. Januar, die ersten Wochen seit dem 1. Januar 18 und 20. Die muss man im Prinzip vergleichen sozusagen. Und wenn man die vergleicht, also muss man sich klar sein, bei 18, im Jahre 18 hat niemand gesagt, oh, Influenza ist gerade in Mode, ist gerade, ja, also Influenza war 18 keine prominente Diagnose. Also es gab wahrscheinlich keinen Sog dahin unter den Ärzten, besonders immer sofort und überall an Influenza zu denken. Aber jetzt ist Corona eine prominente Diagnose. Ja, das heißt also, der Fokus des medizinischen Personals, überall jetzt Corona zu wittern und dann auch in den Totenschein zu schreiben und als Diagnose zu benennen, das ist im Moment wahrscheinlich, also ich würde sagen, der Diagnosefokus liegt 2018 jetzt in Schweden auf Corona, ja, und zwar ist dieser Diagnosefokus eben jetzt 2020 in Schweden höher als Deutschland 2018, der Diagnosefokus auf Influenza lag, ja, also weil wir auch in Schweden, auch für die Schweden ist jetzt Corona eine prominente Diagnose, ne. So, und jetzt gucken wir uns nur noch, wie gesagt, ein paar Zahlen an. Also wenn wir die, wenn Schweden wirklich 3600 Tote hat und das nicht nur der Prominenz der Diagnose zu Schulden kommt, das würde bedeuten, etwa 1800 sind in den Pflege- und Altenheimen gestorben, das ist ja auch nochmal ein besonderes Problem. Aber sagen wir mal, dass es wirklich 3600 wären, auch wenn ich den Verdacht habe, dass da wegen der Prominenz der Corona-Diagnose einige drunter sind, die eigentlich normalerweise zum Beispiel bei Influenza nicht unbedingt Influenza zugeschrieben worden wären. Und so, und Schweden hat nur ein Achtel der Bevölkerung, also müssen wir das mit acht multiplizieren, ist, ja, und in Deutschland hatten wir 2018 25.100 so und so viel angebliche, laut Robert-Koch-Institut, angebliche echte Influenza-Tote. Ja, und 25.000 auf 28.800, das wären immerhin 3.700, 3.600 Unterschied. Also das heißt, aber wegen 3.600, nur weil eine Grippesaison mal etwas kräftiger ausfällt, eine gesamte Weltwirtschaft oder Volkswirtschaft zu ruinieren, Also würde ich sagen, die Schweden haben richtig gehandelt, wegen einer etwas kräftigeren Grippe oder wegen einer etwas kräftigeren Wintersterblichkeit macht man keine Hektik. Insofern haben die Schweden wohl richtig reagiert und vielleicht stellt sich raus, dass die Weißrussen am Ende am besten gefahren sind, weil sie versucht haben, möglichst diese Hysterie der Welt gar nicht an sich ranzulassen. Ja, dann haben wir, können wir nochmal kurz schauen, also Wir haben also quasi in Deutschland die Wintersterblichkeit künstlich im Jetzt runtergeknüppelt auf die Hälfte, ungefähr auf die Hälfte, das war in dieser anderen Sendung zu sehen, ungefähr auf die Hälfte der Todesfälle von 2018. Wozu? Genauso gut hätten wir auch 2018 es runterknüppeln können, die um die Hälfte runterknüppeln können, um den Preis eines totalen wirtschaftlichen Ruins von Deutschland. Also das heißt genau genommen, ja, sozusagen, aber entscheidend ist das Argument, dass in Schweden, die viel zugelassen haben, fast nichts verboten haben, quasi nur eine etwas kräftigere Wintersterblichkeit vorliegt. Und dann zeigte aber diese andere Sendung noch ein sehr interessantes Bild, nämlich das auch, der hat nämlich nochmal gemacht, was wir noch nie gemacht haben, und deswegen die Eilmeldung. Jetzt kommt das eigentlich Eilige. Diese Sendung hat verglichen Schweden 2018 mit Schweden 2020 und hat dann festgestellt, dass in Schweden also offensichtlich die Wintersterblichkeit 2018, 2018, also auch schon sehr kräftig war und sie 2020 nur geringfügig höher ausfällt. Und wer weiß, wie viele Tote allein erstens durch die Modediagnose Corona, Corona unberechtigterweise in die Schuhe geschoben wurden, wie viele Tote allein zusätzlich dazugekommen sind zur normalen Wintersterblichkeit dadurch, dass in Schweden die Wirtschaft durch die Weltwirtschaft beschädigt wurde, selbst Morde zum Beispiel bei wirtschaftlichem Ruin sind denkbar oder ähnliche Dinge, wie weit sind auch in Schweden durch die Panik, die ja die Welt auch nach Schweden reingemacht hat, daran vielleicht gestorben, weil Angst das Immunsystem nochmal künstlich schwächt und so weiter. Und so weiter. Also von daher ist also alles, was man sagen kann, Corona scheint ein Tick kräftiger zu sein, als der Influenza-Virus-Typ von Jahre 2018 war. Und wegen einer etwas schwereren Wintersterblichkeit jetzt plötzlich auf Lockdown zu schalten, das haben die Schweden zum Glück nicht gemacht und die Weißrussen zum Glück nicht gemacht. Aber wir haben es gemacht, weil genau genommen wurde uns der Virus dargestellt, als sei er nicht nur ein bisschen stärker als das Virus von 2018, sondern als wäre das dramatisch stärker, vielleicht zweimal stärker, dreimal stärker. Zweimal stärker hätte ja in Deutschland bedeutet 50.000 Tote statt 25.000 Tote 2018. Das wäre was gewesen, ja. Und ich glaube, in Österreich wurde das Virus sogar drei-, vier-, fünffach stärker als Influenza 2018 dargestellt. Und das entspricht nicht der Wahrheit. Und wie kommt es jetzt unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, ich muss ja jedes Mal die Beweisführung kurz machen, wie kommt es unter marktwirtschaftlichen Bedingungen sozusagen zu solchen Irrtümern. Und deswegen nochmal meine Absage an alle Verschwörungstheoretiker. All dieses Geblubber, also man kann sagen, liebe Internet-Fernsehsender-Gemeinde, ihr seid wirklich zum Großteil sektierische Verschwörungstheoretiker und habt jeden Bezug zur Realität, wenn ihr ihn jemals hattet, längst verloren und beschuldigt böse Menschen, böse Verschwörungen, böse Kräfte und böse Absichten und alles Mögliche und so weiter unterstellt ihr da. Bleibt doch einfach mal bei den naturwissenschaftlichen Fakten. Wir haben es mit einer Gefährlichkeitsüberschätzung durch vermeintliche medizinische Mainstream-Experten zu tun, an die sich die Politik gehalten hat, weil sie gesagt haben, sie verstehen nichts von Gefährlichkeitseinschätzungen bei Viren. So, und jetzt gibt es nur naturwissenschaftlich eine einzige Möglichkeit, nämlich dass wir jetzt analysieren, warum kommt es zu Gefährlichkeitsüberschätzungen typischerweise in Marktwirtschaften. Also hier haben wir die Kondition der freien Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall und hier haben wir den ersten Frühheiler der Evolution, den ersten Früharzt und der sagt, nein, also diese kleinen Lebewesen, das ist alles nicht so besonders gefährlich, sonst hätten wir nämlich Augen dafür. Wichtig ist, dass ihr weiterhin euer tolles Kommunenleben lebt und so viel Liebe habt miteinander und dass ihr naturbelassene Nahrung isst und euch nicht irgendwelche künstlichen, modernen Ernährungsweisen aufschwatzen lässt, sondern schön brav bei eurem Obst, Gemüse und so weiter bleibt, alles total naturbelassen, dann habt ihr starke Immunsysteme und dann braucht ihr eigentlich meine Dienstleistung nicht. Weswegen ich dann nicht nur als Frühheilarzt arbeite, sondern auch als Frühhändler, wo ich euch herrliche, reife Gemüse und Obst liefere und so weiter, in absolut naturbelassener Qualität. So, der kann aber nichts verdienen. Der kann unter Bedingungen der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, nichts verdienen. Und dann haben wir hier den ersten Früharzt, der sich irrt. Und der wird plötzlich richtig reich. Ja, der kann ganz viel verdienen, weil der nämlich sich irrt. Mutation und Selektion führen dazu, dass automatisch sich mal jemand irren muss und der sagt, ach, ist das eklig, euer Geschmuse in den Kommunen, widerwärtig, unnatürlich, unkeusch und so weiter. Außerdem infiziert ihr euch da mit winzigsten Tieren, später dann genannt Viren, Bakterien und so weiter und Mikroben und so weiter. Und die sind so stark und die sind so gefährlich. Und nein, ihr könnt ruhig diese meine moderne Ernährung kaufen, so diese ganze Ernährung, die mit später ganz viel Chemie hergestellt wird, von Glyphosat bis XY und so weiter. Und das könnt ihr alles kaufen. Das ist genauso gesund wie alles andere auch und so weiter. Da ist kein Unterschied. Esst ruhig, was euch schmeckt. Und ihr braucht einfach nur viel mehr Impfungen, Tests, Bestrahlung, Operationen und Chemotherapien und die verkaufe ich euch. Und dieser Früharzt, der führt ja letztendlich durch seinen Irrtum, seine Kunden in die Irre, die essen sich krank und dann kann er ihnen sozusagen Impfungen und alles Mögliche verkaufen sozusagen. Und dadurch kann er zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und er ist am Ende der Begründer einer Großfamilie der heutigen Medizinprofessoren, der vermeintlichen Experten. Und jetzt wissen wir aus dieser naturwissenschaftlichen Analyse also, es gibt in der Marktwirtschaft gar keine Mainstream-Experten, sondern die, die mitten im Geschäft stecken, sind auch voll von den gewinnbringenden Irrtümern. Man muss, wenn dann nach den Ausnahmewissenschaftlern suchen, die sagen, ja, ich sehe auch Kritikpunkte in meiner eigenen Branche. Ich sehe mit Unbehagen, dass da mit gewinnbringenden Irrtümern auch Geschäfte auf Kosten der Bevölkerung gemacht werden. Und deswegen berate ich sie anders, liebe Regierung. Und das haben 120 Professoren und die 24 Professoren, also die an die 20 Professoren der nextscientistsforfuture.de eben auch gesagt, nämlich Leute, wir müssen Medizin ganz vorsichtig betrachten, denn da läuft etwas, dass diese gewinnbringenden Irrtümer sozusagen ein gutes Geschäft auf Kosten der Gesellschaft ermöglichen. Aber die Medizin ist unter Bedingungen der Marktwirtschaft so voll von gewinnbringenden Irrtümern wie jeder andere gesellschaftliche Bereich in der Marktwirtschaft auch. Also Marktwirtschaft ist durchzogen, verseucht mit gewinnbringenden Irrtümern, den sogenannten Viren des Geistes, dass wir also da nichts geben dürfen auf vermeintliche Experten. Schluck Wasser. Und das war's. Schluss. Keine weiteren Schlussfolgerungen bitte. Keine Verschwörungen, dass es da irgendwelche bösen Reichen gäbe, die wieder irgendwas Böses geplant hätten oder wollten und so weiter. Das gehört alles in den Bereich ja eben Verschwörungstheorien, antiwissenschaftlicher Unfug und völlig unrealistisch und auch in der Summe völlig nutzlos, denn am Ende wird dann nur gegen unsere geliebten Milliardärskönige gehetzt. Also gegen die Unternehmer und Milliardäre, die uns die Arbeitsplätze in Deutschland schaffen, wird gehetzt und wir tun damit dann ja alles, diese Unternehmer, die letzten guten Unternehmer aus Deutschland auch noch rauszutreiben, damit die dann auch noch weg sind und wir in Deutschland und Europa absolute Armut haben, weil wir nichts mehr verkaufen können, weil wir nichts mehr haben, was die Welt haben will und wir dann sozusagen ein ärmliches Land werden und wenn wir so ärmlich werden, haben wir dann auch keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen. Wir kommen dann in die romantisch vielleicht klingende Rolle der nordamerikanischen Indianer, aber wenn wir uns anschauen, wie das eben kapitalistische Staaten immer einen Weg gefunden haben, so etwas wie die nordamerikanischen Indianer dann systematisch auszurotten und abzuschlachten und dann deren Territorium zu besiedeln, dann können wir uns vorstellen, was also Europa wird, wenn es einmal ärmer wird, nämlich, dass es dann irgendwann bei nächster Gelegenheit erobert wird, wir alle abgeschlachtet werden und dann eben China oder was auch immer, welches Land sich dann erbarmt, uns anzugreifen und abzuschlachten, uns zu erobern sozusagen, das wird dann dort seine Bevölkerung dann dort implantieren sozusagen in Europa. Ja, also von daher ist es, es ist nichts Harmloses, mal darüber so zu sagen, ja, dass wir doch diese ganzen Reichen doch gar nicht bräuchten, sondern wie Professor Sinn, Hans-Werner Sinn, richtig gesagt hat bei Thilo Jung und Naiv, wir müssen unsere Reichen so gut wie möglich behandeln, damit sie bei uns bleiben und mit ihrer Fähigkeit Dinge, also Unternehmen so betreiben zu können, dass in den Unternehmen immer wieder Neues und Gutes entwickelt wird, was die Welt uns aus den Händen reißen will und uns dafür mit Geld überschüttet und so weiter. Wenn wir das wirklich beenden, dann bedeutet das, dass wir uns in die Position der nordamerikanischen Indianer denken und bitte schauen Sie sich an, was aus diesen stolzen Völkern geworden ist auf dem nordamerikanischen Kontinent und gucken Sie sich an, was aus diesen stolzen Völkern nicht nur zahlenmäßig, sondern auch schicksalmäßig geworden ist. Ich glaube, die meisten sind in Alkohol versunken und haben ein total zerstörtes Leben und das sozusagen wollen wir doch nicht. Deswegen, liebe Milliardärskönige, wir, also die Next Scientists for Future.de bieten euch an, in Deutschland ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro pro Jahr, dauerhaft, konstant für die Zukunft. Wir bieten Ihnen 127 bis zu 127 kerngesunden Lebensjahren an. Wir bieten Ihnen an, viel mehr Gesundheit als das jetzige marktwirtschaftliche System ermöglicht. Und wir bieten Ihnen eine ungefähr 20-fach erhöhte Lebensqualität und Lebensfreude an. Und deswegen bitte bleiben Sie nicht nur bei uns, sondern bitte aus aller Welt kommen Sie zu uns, bringen Sie Ihre Unternehmen mit, bringen Sie Ihre Arbeitsplätze mit, Ihre, ja, und kommen Sie alle nach Europa, kommen Sie alle nach Deutschland, in unsere Kommunen und fangen Sie an, Ihren Reichtum auf uns auszustrahlen. Ich mache es noch mal ganz kurz. Ich habe es schon so oft gesagt, aber die Leute schauen ja meistens doch nicht die alten Sendungen. Aber eigentlich müssten alle alten Sendungen geschaut werden und alle vier Homepages. Aber ich sage es noch mal ganz kurz. Also ich mache es mal so schnell wie möglich. Also, was ist passiert? Ach so, hier bin ich. Was ist passiert? Als die Händler und Frühärzte gesagt haben, ach, ist das eklig, euer Geschmuse und ihr infiziert euch ja damit und so weiter. Dadurch nahm die Liebe in den Kommunen ab und die Vorfahren der Milliardärskönige sagten zu Recht, jetzt wo ich mich nicht mehr geliebt fühle in der Kommune, mache ich mein eigenes Ding und kümmer mich jetzt um Macht und um Akkumulation als neues Spielzeug. Dann sind die machtsüchtig und akkumulationssüchtig geworden und haben ihr Ding gemacht. So kam es zur Spaltung zwischen Arm und Reich, während vorher die fähigen Männer in den Kommunen alles ihren Frauen und Kindern geschenkt haben in den Kommunen. und so alles niemals eine Schere zwischen Arm und Reich aufgegangen war, weil alles geschenkt wurde im Sinne einer matriarchalen, urkommunistischen Lebensweise vor 400.000 Jahren. Und erst irgendwann in den letzten 400.000 Jahren ist die Büchse der Pandora geöffnet worden, die Marktwirtschaft erfunden worden, der Tauschhandel erfunden worden und dadurch dann die gewinnbringenden Irrtümer wurden quasi multipliziert. Gewinnbringende Irrtümer gab es auch vorher schon, aber erst die Marktwirtschaft ist eine Multiplikatormaschine, die Megamaschine, die gewinnbringende Irrtümer multipliziert. Die Megamaschine heißt Marktwirtschaft und die multipliziert das Ganze. Abschließend noch ein und dadurch kam es dazu, dass es notwendig zum Liebesmangel in den Kommunen kam und die fähigen Männer spalteten sich ab und machten ihr Machtsucht- und Akkumulationssucht-Spiel und das können wir ihnen doch nicht verdenken. Und wir müssen also wieder die Marktwirtschaft beenden. Und ach so, durch was? Durch die Wohlfühlstimme zum Beispiel. Denn die Wohlfühlstimme führt dazu, dass die gewinnbringenden Irrtümer Verluste bringen und also dann die Wahrheiten. Die Wahrheiten werden zu gewinnbringenden Wahrheiten und die früher gewinnbringenden Irrtümer werden zu verlustbringenden Irrtümern. Und damit ist das Problem dann innerhalb kürzester Zeit gelöst und wir haben eine gute postkapitalistische neue Gesellschaftsordnung. Das ist natürlich total verkürzt. 20 Reformen braucht es schon noch insgesamt. Und jetzt schauen wir uns zum Schluss nur noch hier an. Ja, das ist unser Tagesbild nochmal. Wir schauen uns nochmal kurz an, ganz kurz zu den verschiedenen Namen. Also Markus Krall, Hans-Werner Sinn haben wir genannt. Christian Fellbers Gemeinwohlökonomie bringt da jetzt auch nicht viel sozusagen, weil er eben auch wieder das machen würde, nämlich ein kompliziertes, das bürokratisches Monster, das total anfällig ist auf Willkür, wo es lauter Klagen gibt wegen Wettbewerbsverzerrung und so weiter. So können Sie die Marktchancen nicht einer neuen Willkür-Gemeinwohl-Bilanz sozusagen unterordnen. Das führt dazu, dass es sozusagen viele Streitigkeiten in Deutschland gibt und auf jeden Fall erreichen Sie damit nicht das Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich, das die gemeinwohlekonomische Lösung der zum Beispiel über die Wohlfühlstimme bringen würde. Also das heißt, wenn ich jetzt mal alles weglasse, was Christian Fellber an Europa zerstörenden Mentalitäten so mitbringt und mich mal nur auf seine gemeinwohlekonomische Gemeinwohl-Bilanz beziehe, dann wird die trotzdem auf keinen Fall in der Lage sein, auch nur annähernd diese 500 Milliarden Euro Wirtschaftswunder, die die Wohlfühlstimme bringen wird und bringen kann, wird dies niemals bringen können, weil die Gemeinwohl-Bilanz zu Streitigkeiten Anlass geben würde, zu juristischen Streitigkeiten, wegen ungleicher Marktchancen, wegen falscher Einschätzung von irgendwelchen oder subjektiver Einschätzung von Daten. Und dann, das Entscheidende ist, dass bei der Gemeinwohl-Bilanz letztendlich sozusagen überhaupt nicht das Kernproblem, ich habe jetzt völlig falsch gesagt, hier dieses Kernproblem, dass die gewinnbringenden Irrtümer sich ausbreiten, die würden sich ja auch mit der Gemeinwohl-Bilanz immer noch die gewinnbringenden Irrtümer ausbreiten. Und es gäbe keine Garantie, dass nicht immer noch krankmachende Lebensernährungsmittel zum Beispiel immer noch verkauft werden, trotz Gemeinwohl-Bilanz. Damit ist der Kern des Problems nicht gelöst. Ich würde sogar sagen, dann würde ich bei Felbers Gemeinwohl-Bilanz, würde ich sagen, dass die von den 500 Milliarden noch nicht mal einen winzigen Bruchteil in der Lage sein würde, zu erwirtschaften. Sarah Wagenknecht, einfach nur die Reichen mehr besteuern, treibt mehr Reiche aus dem Land und damit die Unternehmen aus dem Land und dann verlieren wir Arbeitsplätze und so ruinieren wir das Ganze. Nico Pech mit seinem Traum, dass die Menschen genügsam werden würden, unterschätzt die Konsumsucht. Denn hier, die gewinnbringenden Irrtümer, die die Sexualität ja unterdrücken, führen zu einer pathologischen Konsumsucht und die kann man nicht durch einen Appell an die Genügsamkeit heilen. Also Herr Fellber, so geht Degrowth und Postwachstum nicht. Der geht nur über die Next Scientists for Future. Die können Degrowth und Postwachstum, aber die können das richtig. Und Kevin Kühnert mit Enteignung, das würde also jetzt die ganze Wohnbauindustrie aus Deutschland raustreiben und führt dazu, dass jeder Hausbesitzer, ich war früher auch selber Hausbesitzer, natürlich systematisch das Haus vergammeln lässt, weil jede Investition in das Haus lohnt sich ja nicht mehr, wenn über mir das Damoklesschwert sozusagen der möglichen Enteignungsgelüste sozusagen schwebt. Ich investiere doch nicht in etwas, was mir möglicherweise enteignet wird. Also lasse ich die Haussubstanz verkommen. Und genau das blüht uns mit Kevin Kühnert, mit Rainer Mausfeld, mit seinem aufwiegeln, in Marx'schen Aufwiegeln Richtung, Richtung, ja, da die Bösen reichen, wir müssen gegen die Zentren der Macht irgendwie vorgehen, die schlafenden, die schweigenden Lämmer müssen laut werden und sich erheben. Ich weiß nicht, ob das dann auch friedlich bleiben soll oder ob das nicht doch auch gewalttätig wird, ja, und so weiter. Ich will jetzt nicht über Verfassungsfeindlichkeit von Mausfeld spekulieren, lieber Verfassungsschutz, ja, aber das halte ich für völlig falsch und bedenklich, ja, so geht's nicht, ne. Und Fridays for Future, wie gesagt, alles, wenn man alles, was Greta, Luisa, Carla so an Repertoire drauf haben, wenn wir das alles umsetzen würden, dann wäre Europa und Deutschland total kaputt. Also so geht's nicht, liebe Fridays for Future. Noch steht das Angebot mit dem Kohlestopp 2026 und den 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan als Deal dafür, wenn ihr, liebe Fridays for Future mit den nextscientistsforfuture.de eine riesige Weltpressekonferenz macht und gemeinsam das neue Lösungsmodell Wohlfühlstimme und Kohlestopp 26 und so weiter vorstellt und wir dann zu einem Deal mit Frau Merkel kommen, zu einem neuen Generationenvertrag. Das Angebot steht noch, aber denn immer noch habt ihr Zugang zu den großen Medien. Karla Rebensmann war zuletzt gewesen in einer großen Talkshow. Aber wenn ihr dieses Angebot, wenn ihr das verpasst, dann werdet ihr am Ende in die Geschichte eingehen als völlig bedeutungslose und völlig wirkungslose nette Teenie-Bewegung, die man zum Teen-Washing benutzt hat und wie ich schon mal erklärt habe in der vorherigen Sendung und es wird nichts gewesen sein. Also meldet euch endlich und lasst uns über den Kohlestopp 26 talken und da einen Deal schließen mit den Professoren und so weiter. Hier zeige ich euch noch mal ganz kurz zum Schluss, liebe Fridays for Future. Hier könnt ihr euch schon mal den Weltrat auch so ein bisschen anschauen. Ich gehe gerade mal, wo ist es? Weltrat der Weisen hier. Da hat man schon gesehen, einige von den 24 aktiven Professoren, Doktoren und so weiter sieht man also hier. und ja, also schöne Grüße an Fridays for Future. Ohne, ach so, hier unser Tagesbild noch mal zum Schluss. Also ohne Next Scientists for Future ist am Ende außer Teen-Washing und Spesen nichts gewesen. So viel zu der jetzigen Sondersendung, die mit der Sensation über Schweden ihren Höhepunkt hatte. Bis später. Tschüssi.